Schön, dass ihr heute wieder bei uns reinschaut. Heute bei uns ein neuer Kühler aus dem Hause BeQuiet, nämlich der Puroc 2 Einstiegskühler in der silbernen Variante für einen Preis von um die 33 Euro. Und es gibt jetzt auch eine schwarze Variante für einen Preis von um die 37 Euro mit asymmetrischen Design, Heatpip Direct Touch Technik und natürlich einem Puroc 2 Lüfter. Was die Kühler können oder dieser Kühler besser gesagt und ob der was für euer System ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Der Kühler wird dann in einer kleinen Kartonage natürlich ausgeliefert. Darin enthalten ist der Kühler mit einem Lüfter. Es gibt dann ein Zubehörpaket. Darin enthalten sind zwei Paar Lüfterklammern, sprich ihr habt ja auch wieder die Möglichkeit optional einen zweiten Lüfter an den Kühler anzubringen. Den zweiten Lüfter müsst ihr euch allerdings separat dann kaufen. Montagezubehör ist für alle gängigen Sockel dabei. Ausgenommen ist wie immer der TR4 Sockel, macht aber nichts, denn dafür ist der Kühler leistungstechnisch sowieso nicht ausgelegt. Was noch cool gewesen wäre vielleicht, das ist uns dann bei der Montage aufgefallen, so ein kleines Tütchen Wärmeleitpaste, das ist allerdings natürlich dann dem Preispunkt hier geschuldet. Ja, Puroc 2 ist ein schicker kleiner Einstiegskühler für Leute, die vor allen Dingen nicht so viel Geld ausgeben möchten und vielleicht einfach nur einen Ersatz für einen Boxlufter suchen. Allerdings das Ganze vielleicht auch noch schick sein soll, denn Be Quiet hat sich dazu entschieden, dass es den Kühler jetzt nicht nur im Silber gibt, wie wir ihn heute hier bei uns im Test haben, sondern den gibt es dann auch noch in Schwarz. Das finde ich ist eine coole Sache, weil bisher war einer komplett schwarze Kühler eigentlich mehr so in der Dark Rock Serie angesiedelt. Jetzt geht man da auch ins Einstiegssegment rein und das wird unserer Meinung nach sicher seine Abnehmer dann finden. Silberne Variante nochmal preislich kurz, so 33 Euro Pi mal Daumen und die schwarze Variante kostet dann so 37, 38 Euro, wo sich der Preis einpendelt. Das wird entsprechend dann natürlich die Zeit zeigen. Der Puroc 2 ist dann ein Einzelturmkühler, wie man das aus dem Bilderbuch kennt. Er ist relativ schlank gehalten, setzt dann auf hier 6 mm Kupfer-Heatpipes, die nicht vernickelt wurden. Auf der Unterseite gibt es Heatpipe Direct Touch, sprich die Heatpipes sind plan angeschliffen und eingefasst in einen Aluminiumblock und liegen dann direkt auf eurem Prozessor auf und da gibt es keinerlei Auffälligkeiten bei der Verarbeitung. Für euch interessant, für die Erstmontage ist auf der Unterseite schon bereits Wärmeleitpaste aufgetragen, das heißt nur für euch, wenn ihr mal umbauen sollt oder sowas, braucht ihr entsprechend eben eine optionale Wärmeleitpaste, denn es liegt wie angesprochen keine im Lieferumfang bei. Kühler misst dann in der Höhe 15,5 cm, das dürfte für den einen oder anderen sicher auch eine wichtige Info sein, denn so passt er auch in viele Micro-ATX-Gehäuse, was ja auch durchaus ein Kaufgrund dann sein kann. Beim Puroc 2 außerdem verdreht natürlich ein asymmetrisches Design, das sieht man sehr schön, wenn man sich den Kühler von der Seite betrachtet, das dient dazu, dass eure Arbeitsspeicherslots frei bleiben und das tun sie bei unserem Testsystem auch problemlos. Auch wenn der Lüfter dran montiert ist, könnt ihr hohen Arbeitsspeicher in einer beliebigen Höhe montieren, somit stehen auch RGB-Speicher oder sonstigen Kühlkörpern da absolut nichts im Wege. Der Kühler ansonsten wird nach oben hin dann abgeschlossen mit einer Deckelplatte aus gebürstetem Aluminium, wie immer das Ganze sehr schick gehalten, mir gefällt gebürstetes Aluminium wirklich richtig klasse. In der Mitte der schwarze BeQuiet-Schriftzug und auch die Heatpipe-Enden wurden entsprechend mit Käppchen versehen, dass das Ganze einfach stimmig ist und die Oberseite seht ihr dann entsprechend, wenn ihr ein Sichtfenster im PC habt. Und mit ein bisschen indirekter Beleuchtung sieht das Ganze wirklich sehr, sehr cool aus und macht dann da auch einiges her. Für genügend Frischluft am eigentlichen Kühlkörper sorgt dann natürlich ein Pourrings 2-Lüfter, ebenfalls aus dem Hause BeQuiet. Der wird per PWM angesteuert, entsprechend das Kabel dann dazu 22 Zentimeter lang. Lüfter verfügt über eine Maxi-Matt-Drehzahl von 1500 Umdrehungen. Dabei ist er dann, wie wir nachher sehen werden, dezent hörbar, aber ihr könnt ihn entsprechend natürlich auch nach euren Wünschen runterriegeln. Fixiert wird der Lüfter dann, wie wir das bereits beim Lieferumfang gesehen haben, mit zwei Lüfterklammern jeweils und optional, ich sag's auch nochmal, könnt ihr einen zweiten Lüfter an den Kühler dranpacken, wenn ihr das machen möchtet. Den zweiten Lüfter müsst ihr euch aber separat erwerben. Das wäre der kleine Umblick zum eigentlichen Kühlkörper und dem dazugehörigen Lüfter. An der Verarbeitung gibt es wie immer von unserer Seite nichts auszusetzen, BeQuiet-typisch alles hervorragend und ich würde sagen, wir gehen rüber zur Montage. BeQuiet hat ihr ihr Montagesystem überarbeitet, das kommt jetzt auch beim Pourrock 2 hier zum Einsatz. Wir montieren das Ding bei unserem Test wie immer auf unserem AMD-Testsystem. Das Ganze funktioniert sehr einfach, ihr tut das Retention-Modul demontieren, die Backblade könnt ihr hinten dranlassen, denn die braucht ihr weder Abstandshalter drauf, Montagebügel drauf. Dann Wärmeleitpaste auf den Prozessor bzw. bei diesem Kühler ist schon welcher aufgetragen, aufsetzen und dann mit dem letzten Querbügel das Ganze fixieren. Arbeitszeittechnisch so 5 bis 10 Minuten und was wichtig ist, der Lüfter muss für die Demontage demontiert sein, sonst kommt ihr nicht an die Schrauben dran. Und was auch noch sehr hilfreich ist bzw. was ihr euch zur Hand nehmen solltet, das ist ganz klar ein Schraubendreher. Bei den Intel-Sockeln, bei den Mainstream-Sockeln gibt es eine entsprechende Backblade mit dazu und auch eben Montagebügel. Die Montage funktioniert nahezu genauso wie bei AMD und auch bei den größeren Intel-Sockeln wie LGR 2066 funktioniert das Ganze dann sehr einfach. Auch hier nochmal die Anmerkung, durch das asymmetrisches Design des eigentlichen Kühlkörpers, auch bestückt dann mit einem Lüfter, bleiben eure Arbeitsspeicherslots frei. Das betrifft dann die meisten ATX- und Micro-ATX-Boards, bei ITX natürlich sieht das Ganze etwas anders aus. Kommen wir zur Kühlleistung, da zeigt der Puroc 2 aus dem Hause BeQuiet eine grundsolide Leistung, gibt es absolut nichts dran auszusetzen und im Diagramm seht ihr entsprechend, wie er sich zu den Konkurrenzprodukten da positioniert und hervorzuheben auch noch, er ist besser als sein direkter Vorgänger. Kommen wir zur Lautstärke, auch hier macht der Puroc 2 Lüfter neben der Kühlleistung eine ganz gute Figur. Er ist unter maximaler Umdrehungszahl dezent von anderen Systemkomponenten wahrzunehmen, wenn ihr ihn allerdings ein bisschen runterregelt, so auf 1200 Umdrehungen, dann vernehmt ihr ihn zu keiner Zeit mehr aus eurem PC-System heraus, aber entsprechend sinkt natürlich dann die Kühlleistung auch leicht ab. BeQuiet hat mit dem Puroc 2 mal wieder ihr Portfolio etwas upgradet, er bietet ein asymmetrisches Design, sprich hoher Arbeitsspeicher kein Thema. Er ist zudem hochwertig verarbeitet und lässt sich kinderleicht montieren und bietet daneben auch noch einen sehr hohen Sockel-Support. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es den Kühler jetzt in Silber und in Schwarz gibt. Wir hatten jetzt leider nur die silberne Variante hier gehabt, allerdings für alle Leute, die es noch ein bisschen dezenter mögen für ihr PC-System oder vielleicht was ganz Schwarzes sich aufbauen möchten, dann werfen wir einen Blick auf den Puroc 2 in der entsprechenden schwarzen Variante. Kühlleistungstechnisch gibt es am Kühlkörper jetzt für die Leistungsklasse auch großartig gar nichts auszusetzen, liefert eine solide Leistung. Wer natürlich entsprechend mehr Leistung möchte, weil er Overclocking machen will oder auch vielleicht da ein bisschen rumprobieren möchte, der sollte einfach zu einem etwas größeren Kühler unter anderem auch aus dem Hause BeQuiet dann greifen. Auch bei der Lautstärke dezent hörbar oder dezent von anderen Systemkomponenten wahrzunehmen mit maximaler Umdrehungszahl, aber auch ansonsten bekommt man den Lüfter dann relativ problemlos leise. Was vielleicht schön gewesen wäre im Lieferumfang, dass wir so ein kleines Tütchen Wärmeleit passte. Das ist wieder so das bekannte I-Pünktchen, hat mir persönlich jetzt gefehlt. Okay, ich bastel auch viel, aber vielleicht auch für den einen oder anderen wäre das sicher noch eine coole Ergänzung gewesen. Joa, das wäre es soweit von uns. Wie sieht es bei euch aus? Wäre der Kühler was für euch? Habt ihr schon BeQuiet-Kühler? Oder was würdet ihr euch für einen Einstiegskühler generell denn so wünschen? Auch wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas zu diesem Artikel habt, dann ab damit unten in die Kommentarfunktion. Ich bin der Jan, ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich, dass ihr heute bei uns reingeschaut habt. Und ihr wisst natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos. Und wenn ihr das dann natürlich gemacht habt, dann sehen wir uns beim nächsten Test von TweakPC auch ganz schnell wieder.